ja passt, freunde oder so gemütlich ab ok bist du froh? nee ich fahr jetzt da auch nicht, wenn man das geht da muss man schon ordentlich treten aber warum nicht? oh ok, bisschen übertrieben sah irgendwie weiter aus ok bisher noch nicht so viel struggle aber ich bin ja auch langsam neues Material ja 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 oh je ja 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 scheiße, meine gabel geht kaputt was ist das jetzt? ok das hier, uh, deb, 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 deb ah das macht so komische geräusche so, zweiter run, mal gucken, ich will einfach nur irgendwie schlauig durchkommen dann reicht mir das für heute aber mehr karte kriege ich hier sowieso nicht hin oh fuck, ist das schnell also das hier ja, ich kenn die streckenführung noch nicht so ich glaub jetzt kommen enge kurven und so zeug und ein bisschen geraffelt ja irgendwie so jetzt hab ich natürlich wieder den Gang für das Gap viel zu kurz und Menge kurven hab ich schon gesagt und jetzt sprünge alles gut? alles gut alles gut das war nicht die gute line ah da war ein kuscheliger baum ich weiß nicht, warum ich hier stehe ja, das stand auf der ganzen strecke keiner das habt ihr doch mit absicht gemacht ok was ist denn das hier? hui nope da muss mal außen fahren gut dass hier kaum jemand fährt da kann man mal dumm auf der strecke rumstehen doofes segment machen wir hier enduro nein fuck you hinter reifen hau da hat nen stein drin hab ich? oh ja ich weiß nicht ob der der auslöser ist ne inkompetenz beim fahren ist der auslöser gewesen ich weiß das nervt mich auch ein bisschen das nervt mich auch ein bisschen